so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße alle ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit XTB heute ist Freitag der 25. August 2023 und wir wollen uns natürlich eine Frage stellen die uns seit gestern wahrscheinlich beschäftigen dürfte nämlich was ist denn da passiert also zunächst einmal hält sich das Bild ja deutlich auf nach den Abschlägen der vergangenen Woche es war zunehmend positiv so möchte ich was sagen wurde dann noch getoppt von den Nvidia Earnings und wir sind eigentlich relativ freundlich in den gestrigen Handelstag gestartet und haben dann einen kleinen richtigen Ausverkauf zu sehen bekommen und warum haben Nersdag, Spider auch der DAX natürlich im Windstein folgend jetzt derart federn lassen es ist eine Vorwegnahme dessen was wir heute seien es Jay Powell in Jackson Hole zu sehen bekommen und vor allem wie lässt sich das handeln was ist davon jetzt schon bereits eingepreist sollte es so sein und was könnte das für den heutigen weiteren Kursverlauf bedeuten wir werden mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wir mal kurz mit der Taschenlampe reinhalten und mal versuchen ein Szenario zu diskutieren bevor wir allerdings auf die Details blicken zunächst der Blick auf den Risikohinweis Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher schnell Geld zu verlieren sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet bevor man mit dem Handel beginnt erstelle immer bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter teste den anderen risikofrei und schaue ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet sofern man das für sich mit Ja beantworten kann hat man natürlich auch die Möglichkeit ein Livekonto zu öffnen diesbezüglich allen Informationen vollständige Risiken und weiß auf xdb.com.de darüber hinausgehend Nutzt gerne die Möglichkeit mit dem Kundensupport hier in Kontakt zu treten solltet ihr weitere Fragen zur Plattform haben zur xstation 5 auf die wir gleich einen Blick werfen zur Produktpalette und dergleichen bitte nutzt gerne die Möglichkeit wie gesagt dort den deutschsprachigen Kundensupport in deutschen Büros anzutelefonieren beziehungsweise anzuschreiben dann in eigener Sache alles was ich jetzt hier im folgenden präsentiere bitte nicht als Anlageempfehlung misst verstehen rein edukativ rein exekutiv rein edukativ rein informativ und bitte wie gesagt nichts als Anlageempfehlung misst verstehen ich kann mir gerne über die Schulter schauen lassen mein Gameplan teilen aber nochmal die Handelsentscheidung die trefft ihr bitte dann in Eigenverantwortung und basierend auf den hier zur Verfügung gestellten Informationen Informationen informativ beziehungsweise ausbildungsorientierten Inhalten edukativ dann hier einmal die Kontaktdetails Telefonnummer und E-Mail Adresse ganz kurz zu xdb als Broker bester CFD Brokersjahres 2023 ausgezeichnet von Broker Wahl die Gründe die Züge geführt haben findet ihr hier mal in der Mitte aufgelistet einer der Gründe mit Sicherheit die xstation 5 auf die wir just jetzt in diesem Moment einen Blick werfen wollen und ich habe hier einmal den S&P 500 einmal den Kursverlauf und natürlich wollen wir uns kurzzeitig hier konzentrieren auf die Price Action die wir jetzt hier zu sehen bekommen haben wie gesagt sehr vielversprechend Mittwoch gelaufen leichter marginaler Schluss oberhalb des EMA 50 der 50 Tage Linie hier und dann eben diese aggressive Rejection kam verhältnismäßig stark rein in Folge der Nvidia Earnings das gleiche gilt auch vielleicht sogar noch ein bisschen stärker ausgeprägt für den Nasdaq 100 der entsprechend eben profitierte hier von den Nvidia Earnings mit Sicherheit auch die ihren Teil dazu beigetragen haben sah schon vorher leichtes ein leichtes Aufhellen dieses leichter Aufhellen wie gesagt das hatten wir kenntlich gemacht oder dem haben wir uns so ein bisschen das haben wir genutzt an dieser Stelle die sogenannte 5 Tage Linie hier das ist der EMA 65 in meinem Fall auf der 30 Minuten Basis und ich sagte solange wir drunter halten ist Long keine Option aber die Rückeroberung hier die dann erfolgte am Mittwoch das sah noch ein bisschen schwieriger aus am Dienstag aber Rückeroberung das halten oberhalb starke Nvidia Earnings das war ein Signal das könnte jetzt was werden mit einem kurzen Run höher ob es dann tieferes hoch gibt und dergleichen das bliebe abzuwarten aber zunächst einmal hält es das Bild eben da auf das hatten die Cues schon bereits hier vollzogen gehabt am Montag auch dann mit dem mit dem Halten ganz deutlich am Dienstag diese kleine Korrektur und dann wie gesagt starker Lauf am Mittwoch Gap Up nochmal das wir zu sehen bekommen haben am Donnerstag auf die Nvidia Earnings und wie gesagt und dann diese scharfe Rejection ganz kurz vielleicht zur Erklärung warum ich den Spyder nehme beziehungsweise die Cues hier den Spyder das ist der ETF auf den S&P 500 beziehungsweise die Cues ist es der ETF auf den Nasdaq 100 und was ich hier habe ist einfach der reine Kassahandel und ausgehend hiervon eben dann eine sehr sehr einfache Möglichkeit mir entsprechend ein Bild über den Tagesschlusskurs und dann in Form dieser 5 Tage Linie eben zu machen was vielleicht ganz wichtig an der Stelle gut und so jetzt nur mehr natürlich die Frage was ist da passiert wie kann das sein und vor allem was können wir daraus machen aus dieser Information das ist rein spekulativ aber ein ein Blick auf den Zinsmarkt könnte es offenbaren wer sich genau mal anschaut wo wir dort stehen zweijährige US Zinsen sind zurückgelaufen jetzt über 5% und das in ein Event welches heute stattfindet wir gehen kurz hier auf den Kalender Tab und sehen wir haben eine Rede von Fat Chairman Powell heute um 16.05 Uhr in Jackson Hole ein Symposium Notenbanker treffen alljährlich deswegen besonders mit Brisanz versehen weil in der Vergangenheit richtungsweise geldpolitische Entscheidungen dort kommuniziert worden sind allen voran die QE Entscheidung QE2 glaube ich war es damals noch durch Ben Bernanke 2010 die einen ja dann aberwitzigen Bullrun in den folgenden 10 Jahren im übertragenen Sinne getriggert hat natürlich alles darüber hinausgehende mit QE2 QE3 hatten wir noch wir hatten noch Operation Twist und so weiter aber das verbinden wir halt damit und deswegen ist das so ein bisschen im Hinterkopf geblieben eigentlich war es die letzten Jahre nicht so spektakulär und ich muss auch ehrlich gestehen ich habe so ein bisschen Zweifel ob das diesmal so spektakulär ist aber wenn wir uns jetzt die Zinsentwicklung anschauen und wir sehen eben zweijährige Zinsen über 5% laufen wir wissen um die positive Korrelation von zweijährigen Zinsen zum Leitzins Niveau seitens der US Notenbank die sind sehr sehr stark und eng miteinander verbandelt die kurzfristigen Zinsen hier und dann entsprechend der Leitzins nun dann dann kommen wir eben zu einem Schluss wo wir an der Stelle eben sagen können okay eventuell ist das eine Spekulation steigende Zinsen dass man seitens Jay Powells etwas erwartet rhetorisch in Richtung wir werden länger als erwartet auf dem aktuellen Leitzins Niveau verharren um das ganz kurz mal in bildliche Form zu gießen an dieser Stelle wir wollen nicht auf Nvidia eingehen sondern wir wollen mal ganz kurz hier auf das FedWatch Tool schauen weil länger höher als erwartet das ist natürlich auch sehr sehr dehnbar an dieser Stelle was bedeutet das konkret nun das bedeutet konkret wir haben aktuell ein Leitzins Niveau das ist das FedWatch Tool der Chicago Mercantile Exchange ein Blick auf den Terminmarkt und diese Balken blicken im übertragenen Sinne hier auf die Wahrscheinlichkeit mit welcher die Marktteilnehmer extrahiert von den Optionspreisen und den entsprechenden Griechen die denen zugrunde liegen mit welcher Wahrscheinlichkeit die ein bestimmtes Zinsniveau in der Zukunft auf den nächsten Leitzinsentscheidungen oder Leitzinssitzungen hier oben mit diesen Tabs gekennzeichnet sehen aktuell 25,5,5 das bedeutet also etwas anders formuliert länger höher als erwartet heißt keine Zinssenkungen für einen länger als erwarteten Zeitraum und wenn wir jetzt mal hier auf diese Tabs gehen gehe ich jetzt aktuell auf Juni 2024 das hat damit zu tun weil zum Beispiel für Juni 2024 erst jüngst mal über meinen Ticker lief dass Goldman Sachs zum Beispiel ab da Zinssenkungen erwartet das spiegelt sich auch im FedWatch Tool wieder wir sehen nämlich dass die höchsten Balken hier bei 500 bis 525 Basispunkten liegen also das heißt 25 Basispunkte unter dem aktuellen Leitzinsniveau und dass dann alle Balken natürlich links von diesem höchsten Balken natürlich auch noch ein niedriges Leitzinsniveau sehen und wenn man diese alle aufsummiert dann kommt man plötzlich auf über 70 Prozent das heißt also mit 70 Prozentiger Wahrscheinlichkeit sehen die Termin Marktteilnehmer an dieser Stelle ein Leitzinsniveau unter dem aktuellen also Zinssenkungen und wenn jetzt gesagt wird naja dann heißt es länger als erwartet dann hieße das anders formuliert dass Jay Powell irgendwelche Andeutungen macht die dann diese Balken von hier also von 500 bis 525 Basispunkten und tiefer nach rechts wandern sehen auf 525 bis 550 und da es ja diesen gemeinhin diese Floskel gibt und das anziehende Zinsen oder steigende Zinsen Gift für Aktien sind ist das eventuell genau das was wir jetzt im Kursverlauf sehen ausgehend hier lassen sich mögliche Szenarien skizzieren also das ist jetzt eine Interpretation dessen was wir hier vorfinden aber es lassen sich Szenarien skizzieren zum Beispiel für die Qs oder beziehungsweise für den Nasdaq und auch für den S&P 500 dann vielleicht auch für den DAX man könnte nämlich sagen sollte Jay Powell irgendetwas sagen oder der Markt es in die Richtung interpretieren dass der Markt eben doch mit Zinssenkungen rechnen könnte und wir sollten uns vor Augen führen wir haben ja durchaus einen Grund davon auszugehen dass es Zinssenkungen gibt oder einen geldpolitisch lockereren Kurs und da spielt die politische Entwicklung in den USA eine ganz wesentliche Rolle wir sehen jetzt zum Beispiel das Imprisonment glaube ich so wie hieß es von Donald Trump dem Ex-Präsidenten dem heißesten Kandidaten der Republikaner weil wie auch immer man dazu steht dazu möchte ich mich nicht äußern aber nichtsdestotrotz der aktuell ausgehend von irgendwelchen Verfehlungen die ihm vorgeworfen werden in den Bau fährt ja und dann darüber hinausgehend die Wirtschaft aber unter Trump noch sehr sehr stark gelaufen ist und unter der Biden Administration jetzt arg ins Straucheln gerät ob das eine mit dem anderen was zu tun hat ob der eine da besonders eine Fähigkeit hatte die Wirtschaft laufen zu lassen der andere eher weniger ich denke das läuft in Zyklen und ist unabhängig von irgendwelchen personellen Entscheidungen beziehungsweise Personen die dort im Amt des US Präsidenten sind aber nichtsdestotrotz das ist die Mehrzahl der Menschen die arbeitet die die denkt eben in diese Richtung sprich jetzt kommen wir zu dem Punkt es ist wäre nicht auszuschließen dass wir seitens der US Notenbank vielleicht in Zusammenarbeit in gewisser Form mit dem Weißen Haus auch wenn sie eigentlich unabhängig agiert aber vielleicht eine Tendenz hat dass man sagt goldpolitisch lockerer Kurs um die US Wirtschaft eben zu stabilisieren und das ist eben durchaus etwas was man nicht unterschätzen sollte was vielleicht dann dieser gestrigen Entwicklung durchaus im übertragenen Sinne ein Schuss vor den Bug verpassen könnte und wir dann das Reversal zu sehen bekämen anders wäre es natürlich so wenn es tatsächlich jetzt eine entsprechende Kommunikation seitens des US seitens der US Notenbank gibt des Fatschermann die das bestätigt diese Erwartungshaltung dass der Leitzins länger als erwartet eben hoch bleibt das wäre wiederum etwas an dieser Stelle was dafür das was dazu führen könnte dass der Markt vielleicht noch mal final in einem Flasch auf der Unterseite geht vielleicht noch mal ernsthaft die tiefste Vorwoche attackiert dann aber zu einem Reversal ansetzt weil ein Großteil bereits eingepreist ist also das ist zumindest das aktuell rein spekulativ ob das überhaupt der Grund ist das Bild hat sich gestern eingetrübt das steht außer Frage es kommt sehr überraschend einige Marktteilnehmer dürften jetzt unter Wasser liegen eventuell sehen sie sich gezwungen ihre Position zu liquidieren das könnte weiteren Abgabedruck nach sich ziehen aber wie gesagt diese Rede in Jackson Hole rund um Fatschermann Powell könnte könnte eben alles wieder auf den Kopf stellen und sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden so wir werden sehen was bei rauskommt und dann alles weitere in Detail hier im nächsten Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB am Montag thematisieren Happy Trading! Passt auf eure Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss!